Willkommen zurück zu Super Paper Mario im Kampf gegen Mimi. Die Macht von Kraftknequits schützt mich. Ohaha, und tcha tcha tcha. Mit diesem Gesang breche ich den Bann. Der Schutzzauber ist weg, jetzt wirf's in den Dreck. Was? Wie konnte das passieren? Ick, ich fühl mich so nackig, wie konntest du nur? Was ist los? Haha, ein Bein nach dem anderen. Okay, sehr schön. Das hättest du wohl gedacht, als ich es bin, wer zuletzt lacht. Dank meines Hochruf, du wirst sehen, wirst du noch in Gnade flehen. Ist doch kein Problem, auf dir, ihr Kopf zu springen. Ist doch kein echter Endgegner, irgendwie. Los, feste, unser Team ist das Beste! Das ist die Mellie, die draußen ruft, hä? Sei hart, Bart. Bart Simpson ist nicht hier. Aber wie? Unmöglich, wie nur? Au. Uuuh. Glaubt ja nicht, dass ihr mich endgültig besiegt habt. Das nächste Mal habt ihr weniger Glück. Ich weiß zwar nicht, warum ich mir so eine tiefe Stimme gebe, aber es ist definitiv cool. Oh, Peach ist auch noch da. Mimis Plan in Trümmern liegt. Das reine Herz ist hier sicher, das Böse besiegt. 1500 Abonnenten, warteten wir und verstecken das reine Herz hier. Diese Pflicht ist nun getan, wo wir die Schlücke uns wieder fahren. Doch ehe wir hier fertig sind, muss ich noch was berichten, Schwind. Mit dem lichten Prognostikon seid ihr vertraut. Habt ihr auch schon mal reingeschaut? Das heißt, meine Vorfahren und ich warten mit dem Herz auf dich und dich. Doch etwas stand geschrieben nicht. Drum dank, bange. Mann, oh Mann. Drum bringe ich dir jetzt etwas Licht. Es ist ja ziemlich dunkel hier. Das dunkle Herz zu schlagen müssen stets vier Helden wagen. Vier Helden erstrahlen. Vertreiben mit dem Licht alle Qualen. Das ist, was man prophezeit. Vier Helden beenden alles Leid. Vier Helden? Mario und Peach, ihr zwei. Seid bei den Helden mit dabei. Findet fix die anderen zwei. Beendet so die Barbarei. Um zu lindern die Irritation? Ich denke, ihr kennt die beiden schon. Mehr zu sagen gibt es nicht. In jetzt erfülle ich meine Pflicht. Ich gebe es euch ohne Schmerz. Nehmt es nur das reine Herz. Es ist so blöd, dass das alles sogar auf der Darmentoilette passieren muss. Okay, ich nehme es ja. Lass mich. Ich will springen. Aber wenn die Pixel dancen, und zwar alle, finde ich schön. Du brauchst ein reines Herz erhalten. Ich weiß. Gehört sich ja so. Mimmi, die Gehilfe von Craft Liquids, hatte Mario und Co. in eine böse Falle gelockt. Aber dank Mellie konnten sie Mimmi besiegen. Doch wer waren die beiden anderen Helden, von denen Mellie gesprochen hatte? Noch fünf Herzen. Mario wusste, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Ach, übertreiben müsst ihr es nicht. Na wohl, wir haben drei und brauchen noch fünf. Das ist schon ein Haufen Zeug, was noch vor uns liegt. Ich habe gerade ein kurzes Memo von Mimmi erhalten. Es lautet, ich habe versagt. Leglich sogar. Das ist der ganze Text. Selbst die von mir verliehenden Kräfte haben also nicht ausgereicht, ne? Die Helden aus dem lichten Prognostikern. Nachkommen dieses uralten Stammes, ihre Stärke wächst. Craft Liquids! Oh, falsche Stimme. Bitte, Graf, da habe ich ihn auf die Klocke gehauen. Bitte, bitte. Ich mache dir mal noch fertig. Ich schreibe danach mit nach ihrer Mama. Oh, klar. Du glaubst also, dass du für eine Mission bereit bist. Dann bist du also mit dem Bericht über deine Unzulänglichkeiten fertig? Ja, ich bin schon fast fertig. Du musst mir noch das Ende schreiben. Und tausend Seiten sind doch kein Pappenstiel. Hotlock braucht mal eine Pause. Bericht dich, Hotlock. Zeit für eine Pause. Diesmal entsendet der Graf. Dimensio, komm zu mir, Craft Liquids. Und schon bin ich da, wie ein Windschuh bei einem Kindergarten-Picknick. Du würdest doch bestimmt gerne spielen, Dimensio. Das lässt sich arrangieren, aber enttäusche mich nicht. Fertige diese Helden ab. Er wünscht mir aber viel. Zudem hört sich das nur einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich auf den Weg. Ich empfehle mich, Craft. Äh, Modlock. Dann bricht du erinnerst dich doch noch, oder? Bricht aus dem... Ja, der bricht. Weg bin ich. Ah, vielleicht wird ich kurz über das Ex-Axuellste aus der Burg erstach. Mein Gott, was ist denn los? Das ist zu viel Text in diesem Spiel. Einige wenige wehren sich noch, aber das Problem haben wir bald im Griff. Diese Helden versuchen, diese erbärmlichen Welten zu retten. Aber ihre Versuche werden vergebens sein. Niemand kann Craft Knickwitz aufhalten. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, aber... Nimm den Mund nicht zu voll. Zu, wie auch niemand den Sturm in meinen leidenden Herzen lindern kann. Aha. Hört sich so an, als hätte dieser Knickwitz ein echtes Problem. Hey, Luigi. Endlich. Oh, mein Kopf. Hey, wo bin ich? Ich erinnere mich. Ich wollte die Prinzessin retten. Das habe ich wohl verpatzt und, ähm, naja... Bist du auch grüner Mann? Ach, guck mal. Ja, hallo. Ihr, äh, bist du mich da? Alles klar bei euch? Ja, das geht, das geht. Gut, dass du unverletzt bist. Hat er angenommen, wer erledigt. Äh, ja, komm, die Situation. Habt ihr die Prinzessin und Bowser gesehen? Leider nicht. Ich bin derartige, der wir hier gefunden haben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Vielen Dank, dass du hier schon, wie es die Prinzessin geht. Schaut, als wären die meisten Lacken gefangen worden. Und wir sind auch bald dran. Wieso bleibt dieser Typ so ruhig? So, so, Luigi, alter Freund. Was ist also davon, hier eine Fliege zu machen, ne? Hier so, ne? Wir hätten gehofft, du könntest uns einen Fluchtweg öffnen. Und dann können wir fliehen, äh, zusammen natürlich, so, ne? Nein, ich, das, das kann nur der Aufstieg. Ich muss die Prinzessin retten. Oh, das hat mir nicht erwartet. Die Geschichten der kühnen Hildentaten. Die dachten, du wirst der Verteidiger der Schwachen. Wir haben doch niemanden. Kühne Hildentaten? Verteidiger der Schwachen? Ich? Darin habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich. Du bist der Beste. Das war einfach, was für eine Hohlbirne. Wir sind hin. Ich kann mir die Stimmen entlernen. Wir sind hinter dir. Was machen wir uns, äh, wir machen uns aus den Staubswalds eng wird. Dann folgt mir tapfere, ähm, Kobas. Und los geht's. Yay, wir sind Luigi. Okay. Wow, da kann er hochspringen. Also, ähm, damit dürfte klar sein, dass die vier Helden Mario, Peach, Luigi und Bowser sind. Sieht man ja auf der Verpackung ziemlich deutlich. Ab durch die Mitte. Ich sollte es nicht zu übertreiben mit den ganzen Stimmen, weil das geht nicht gut aus. Ihr merkt's vielleicht. Okay, wir sind wieder an Knickwitzburg. Ich glaube, hier waren wir mit Peach noch nicht. Nein, oder? Keine Ahnung. Ihr könnt Fragen stellen. Tapfere Goombas. Nein, der Bowser wird sich freuen, wenn er seine Kumbanen wieder sieht. Mein Gott, was ist denn hier los? Wie lange geht denn das? Großer Luigi, warte auf uns. Wir sind denn so schnell mit ihren Beinchen. Puh, das scheint eine Sockkasse zu sein. Mir sieht so aus, als hättest du recht. Und was nun? Jetzt wird mich da einen anderen Fluchtweg suchen, dieser Typ ist unnötzlos. Bleiben wir hier. Er wird uns... Was? Hier wird uns auf jeden Fall niemand... Bzzzt. Bzzzten. Mima Knickwitz. Der Goomba heißt... Horst. Oh mein Gott. Ich kann... Er ist Schulze. Bei den Koopas und jetzt Horst. Du bist doch der Typ, der bei der Hochzeit den Pausen-Clown spielen musste. Man sollte dich dafür disziplinieren. Fangen wir gleich damit an. Oh mein armer Horst. Okay, jetzt erst mal auf Goomba aufgeben. Hey Lady, habt ihr noch Platz in eurem Team? Hey bitte, was sollt das denn? Ach was sieht denn aus so hier nicht? Ich schließe mich den Siegern an. So, meine Entscheidung, gefällt mir. Dann schwöre den Grafen mal deine... Schön deine Treue. Dann bin ich dabei, Lady. Ole, Ole, Ole. Graf, Schenkewitz, Ole. Du, 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 mir, Verräter. Okay Leute, es ist mir Zeit. Halte den Kerl fest und wir sind hier im Nu fertig. Jawohl. Dunkelaufen. Nein, nein, Mario, bist du Hilfe? Du kommst spät. Ist was geschehen? Vater hat mich erwischt. Und danach war es nicht einfach, mich hinauszustellen. Ich hatte Angst, du würdest nicht kommen. Du bist schon rätselhaft. Du weißt, wer ich bin und du hast doch keine Angst. Das ist nicht wichtig. Ich wollte dich nur sehen. Ist das, ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich auch sehen. Plumiere. Das macht dir etwas aus, wenn ich mich neben dich setze. Was, plumiere? Sicher nicht, Timpani. Nee, ich, ich möchte mehr über dich erfahren. Oh. Oh. Ich habe so eine Vermutung, wenn ich das aussprechen darf. Ich rede nur kurz zu Ende. Ähm. Am Anfang wird dir gesagt, es geht um eine Liebesgeschichte. Und irgendwie hat dieser Graf Knickwitz ja was erzählt. Also. Er hat irgendeine komische Andeutung gemacht. Ich glaube, diese kleinen Zwischensequenzen. Nein, nicht Zwischensequenzen. Diese belanglosen Texte zwischendurch. Ich glaube, die sind aus der Vergangenheit von Graf Knickwitz. Wie tiefgründig, oder? Oho, willkommen zurück, werte Freunde. Wie war die Reise? Obt ihr Meli und das reine Herz gefunden? Nee. Ja, das haben wir in der Tat. Meli sagte, wir bräuchten vier Helden, um die Welten zu retten. Ja, das hat Meli gesagt. Oh, tatsächlich. Dann gibt es mehr als einen Helden. Nun, wenn Mario und Peach zwei der Helden sind, dann fehlen es nur noch zwei. Sieh dort. Die Lehre ist gewachsen. Ich wünsche dir, meine werten Freunde, dass uns die Zeit davonläuft. Ich verdiefe mich wieder ins lichte Prägnostikon. Ihr sucht dir nach deinem nächsten Herzöl, okay, Mann? Behalte dich ein bisschen. Für Pommes zum Mittag. Ob er es wird euch mitteilen, was ich in eurer Abwesenheit entdeckt habe. Dieser neue Big Mac. Nein, egal. Einer allein wird entscheiden, welches Prognostikon recht behalten wird. Beide Bücher nennen ihn den grünen Mann, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde mich diesem Rätsel weiter widmen. Ole, 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 ole. Okay, Leute, ich gehe runter. Bis zum nächsten Mal und ciao. No. Oh. Vielen Dank.